Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Von der Weltklimakonferenz in Bonn ging letzte Woche ein positives Signal aus. Und Deutschland war ein guter Gastgeber. Wichtig ist, dass man vorangekommen ist bei der Erstellung eines Regelwerkes, dass die Klimabeiträge der einzelnen Vertragsstaaten vergleichbarer und transparent machen soll. Wir haben uns in Bonn mit vielen Delegationen vieler anderer Vertragsstaaten getroffen. Und meine Wahrnehmung war, dass Deutschland in Bonn immer wieder Lob und Anerkennung für den Mut erhalten hat, dass wir als wichtige Wirtschafts- und Industrienation den Ausstieg aus der Kernkraft vollziehen, meine Damen und Herren. Die German-Energiewende war immer noch dort in aller Munde und wird geachtet. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Wir haben sehr ehrgeizige Klimaziele. Das muss man schon auch mal sagen, vorneweg. Bis 2020 wollen wir unsere Treibhausgase um 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Bis 2050 sogar um 80 bis 95 Prozent. Dafür haben wir detaillierte Aktionsprogramme zum Klimaschutz, zur Energieeffizienz und einen Klimaschutzplan mit Zielen bis 2050 vorgelegt. Nur sehr wenige Staaten haben einen Klimaschutzplan, der so langfristig angelegt ist. Und, meine Damen und Herren, zu diesen Zielen stehen wir nach wie vor. Und dafür habe ich mich auch als Klimapolitikerin immer wieder stark gemacht. Dennoch wissen wir auch, dass Deutschland das Klima alleine nicht retten kann. Wir brauchen auch die anderen Staaten der Welt. Deutschland ist weltweit für 2,2 Prozent der Emissionen verantwortlich, die USA für 16 Prozent und China emittiert sogar 28,2 Prozent der weltweiten Treibhausgase. Das muss man sich bewusst machen. Das ist mehr als das Zehnfache als bei uns. Und auch die anderen Staaten müssen ihren Beitrag leisten. Und die Klimakonferenz hat gezeigt, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Alle Staaten der Welt sind an Bord. Und auch in den USA haben wir mit vielen Gouverneuren, haben wir mit Kommunen gesprochen. Viele Bundesstaaten und Kommunen sind weiterhin dabei und wollen ihre Klimaziele erreichen. Es gehört aber auch zur Wahrheit, meine Damen und Herren, dass wir nach aktuellem Stand mit der Erreichung unseres Klimazieles es schwer haben werden, dass es schwer wird. Deshalb, und das sage ich als Klimapolitikerin, müssen wir intensiv daran arbeiten, dass wir unser 2020-Ziel und insbesondere auch unser 2030-Ziel und unser 2050-Ziel für 2050 auch erreichen werden. Für mich ist dabei auch wichtig, dass wir alle Sektoren mit einbeziehen. Alle Sektoren müssen einen Beitrag leisten. Gebäude, Industrie, Energie, Verkehr, Landwirtschaft. Alle müssen wir in den Fokus nehmen. Ja, das sage ich als Klimapolitikerin. Aber ich sage auch, aber ich sage auch, wir dürfen uns nicht nur allein auf den Energiesektor konzentrieren. Der Fokus liegt allein darauf im Moment. Wir haben einen Klimaschutzplan erstellt, der erstmals auch Sektorziele für die einzelnen Sektoren festgeschrieben hat. Und im nächsten Jahr sollen die Ressorts ganz konkrete Maßnahmenpakete dazu vorlegen. Und von der Politik brauchen wir dann die Anreize, die genau die effizientesten Maßnahmen auch befördern, meine Damen und Herren. Und ein wichtiges Instrument ist für mich, die Kollegen kennen das auch aus der letzten Legislaturperiode, dass ich es immer wieder erwähne, die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Und ich sage Ihnen, ich hoffe, dass dieses Instrument in welcher politischen Konstellation auch immer jetzt wirklich kommt, meine Damen und Herren. Und jetzt zur Kohle. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Diese schrittweise Reduzierung ist übrigens auch durch das Pariser Klimaabkommen vorgezeichnet. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat letzte Woche in Bonn gesagt, dass die Braunkohle dazu auch einen wesentlichen Beitrag leisten muss. Einen ersten Schritt haben wir bereits mit der Überführung der 2,7 Gigawatt in die Sicherstellungsreserve gemacht. Und ich sage, weitere Schritte müssen folgen. Einige nennen es den Einstieg in den Ausstieg. Andere nennen es die schrittweise Reduzierung der Kohleverstromung. Egal unter welchem Arbeitstitel man es betrachtet. Eines ist für mich als Klimapolitikerin klar. Wir müssen diesen Weg der Reduzierung der Kohleverstromung weitergehen. Wir müssen dabei aber auch sicherstellen, dass die Energieversorgungssicherheit gewährleistet ist, dass die Energie bezahlbar ist und dass es zu keinen Strukturbrüchen kommt, meine Damen und Herren. Wir müssen diesen Strukturwandel gestalten und die Menschen in den Regionen und die Unternehmen vor Ort mitnehmen und den Strukturwandelprozess wirklich auch sie dabei unterstützen. Hier setze ich auch auf die im Klimaschutzplan 250 verankerte Kommission Wachstum, Strukturwandel und Regionalentwicklung, die im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist. Sie muss jetzt schnell arbeiten und den Regionen auch Perspektiven aufzeigen. Und die Fachleute müssen dann eingehend prüfen, um wie viel Gigawatt die Kohleverstromung reduziert werden kann, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Denn das, meine Damen und Herren, wollen wir alle nicht. In Ihrem Antrag fordern Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, dass Deutschland der auf der letzten Klimakonferenz gegründeten globalen Allianz für den Kohleausstieg beitreten soll. Zugegeben, der Medienrummel diesbezüglich war groß. Aber haben Sie sich mal die Länder angeschaut, die dieser Allianz beigetreten sind? Frankreichs Präsident Macron hat vollmundig angekündigt, bis 2021 aus der Kohle auszusteigen. Da muss man allerdings wissen, dass der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung dort bei nur drei bis vier Prozent liegt. Bei uns sind es bis vierzig Prozent. Und unabhängig davon hat sein Umweltminister Hollande fast im gleichen Atemzug angekündigt, dass Frankreich von seinem Ziel abrückt, den Anteil der Kernenergie bis 2025 auf 50 Prozent zu reduzieren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir haben in Deutschland die mutige Entscheidung getroffen und werden, und wir sind ja auf dem Weg aus der Kernenergie aussteigen. Keiner hat behauptet, dass das auch vor dem Hintergrund unserer Klimaziele leicht werden wird. Dennoch gehen wir diesen Weg. Und wir werden auch den Weg der Reduzierung des Kohlestroms gehen. Denken Sie aber schrittweise, geordnet, ohne Strukturbrüche und ohne die Energieversorgung zu gefährden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Weisgerber. Die nächste Rednerin, Bundesministerin Barbara Hendricks. Die nächste Rednerin, Bundesministerin Barbara Hendricks.